AAAAAAAAK! Hallo und herzlich willkommen zurück hier! Bei Soma! Beim letzten Mal haben wir den Körper getauscht! Ja, macht man ja so! Und jetzt geht es wohl runter in den Abgrund! Denn dort soll ja irgendwo die Arsche sein! Ich lass mich aber nicht verarschen! Was? Ich weiß nicht, ob ich hier auf der richtigen Seite bin. Alter Schwede. Ich muss noch bei mir ein bisschen leiser machen. Alter, krass. Sehr, sehr creepy hier auf jeden Fall schon mal. Das sieht ja in Süd aus hier. Hallo. Hier können wir uns hinsetzen. Ja, machen wir das. Passagiere, einer. Runter. Und jetzt? Achso. Nun setzen wir uns mal. Und jetzt? Have you figured out what happens when we die yet? Is that even possible? Is there some kind of afterlife? Do you think my place is taken? The real me died like a hundred years ago. Is there still room for me? And what about the Simon I killed at Omicron? What do you think, Heather? Is there a heaven full of redundant copies of the same people? Is there someone up there who called me an imposter? It's dumb luck, right? I woke up in the right body. I basically flipped a coin, and if I had called the wrong side, I'd be rotting away at Omicron. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean, he would still claim to be the right Simon. Christ. This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind. Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Please say something. I don't want to think. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I could still feel how I had to, you know, tuck my arms so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, you know, I felt the warm wind in my hair and the sun was setting and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I had never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan a hundred years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the yard, would it be any different? I'd still be alone. No friends. No family. You could make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have... Hmm? Ähm... Äh, okay. Wahrscheinlich hängen wir irgendwie fest oder so. Warte mal, da ist so ein... What the fuck? Alter, sieht das geil aus. Alter, das ist voll schön. Man, ne Sicherung ist raus. Hey, I know it's not much. Why have we stopped moving? The power blacked out for a moment. I think it could be the atmosphere pressure. It's pushing pretty hard. Really testing the limits of my suit. Don't worry. It should hold. Comforting. It will hold. Er wird schon halten. Ja, ja, super. Oh, ich habe die Klappe nicht zugemacht, glaube ich. Wir sind 2731 Meter tief. So, geht schneller. Achso, einfach hinsetzen. Alles klar, Entschuldigung. Oh, man. Does... Does time freeze when you're not powered? Time feels omitted more than missing. What's the difference? I don't feel like I'm being held back or hindered. And I don't have the opportunity to reflect on the time I'm missing. It's simply missing. Sounds like sleeping without the dreaming. Yes. But generally you anticipate when you're about to sleep, and there's a natural continuation since we tend to wake up where we went to sleep. My experience is more like an ever-changing moment that never really seems to find closure. Sounds kind of like a movie being edited live. I suppose so. I guess it sounds exciting, but it really keeps me activated to the point of exhaustion. It's rough. Could be worse. Could be a time traveler stuck in a body made from black goo. Well... I'll be the worst. Seht ihr, dass da immer angezeigt wird, dass irgendwas näher kommt? Achtet mal auf den rechten Bildschirm. What the fuck? Who did it? Who did it? Danny! Gah! Hmm. It's not so good. honey this is the skillset. Honey, I need to czas el Be Ant Tikal. I'm good. Oh! You're back. Huh? What happened? Something dropped under the cage... You're right out. What happened? I know I didn't see a person very alive. Gefällt mir gar nicht, Leute. Stimmt ey, Catherine ist ja genauso wie wir, sie ist ja jetzt nur an einem Roboter Körper, also beziehungsweise an unser Omnitool gefesselt, in Anführungszeichen gefesselt. Sie könnte also noch hier rumlaufen, also nicht rumlaufen, aber ihre Leiche könnte hier sein. Also ich denke mal, dass es eine Leiche sein wird. What the fuck? Alter, ist das alles übertrieben verschwommen hier. Luma Link, was? Zum Rufen der Aufzugsplattform erforderlich. Luma Link. Ich glaube, hier kann ich auch die Taschenlampe ausmachen, das bringt hier nichts. Hier geht's rein. Na. Ist das ACR-Log? Kann das einmal einer putzen? Mustersammlung, Versorgungsuntersuchung, Überprüfung, Tau-Evakuierung, gescheitert, Transport der Arsche nach... Vieh? Steht da Vieh? Angemeldet, Alan Walbeck. Alles klar. Kennen wir denn Alan irgendwas? Sagt mir jetzt erstmal... Gar nichts. Es ist aber auch dunkel hier. Und dunkel da. Wir haben hier bestimmt dunkle Bauten. Tau? Komm in, Tau. Bitte antworten, Tau. Nichts. Er ist tot. Gehen wir raus. Wir versuchen den nächsten. Zwei. Ist das nicht Katharines Stimme gewesen? Alter, hier unten ist das ultra spooky. Hm? Oh, Licht. Schön. Aber sonst ist hier wahrscheinlich gar nichts. Das ist cool hier, ne? Das ist wie Schwerelosigkeit. Obwohl ich mal gehört habe, dass es Schwachsinn ist, dass in solchen Spielen immer Gegenstände in der Luft auf dem Wasser, also auf dem Erdboden rumfliegen. Denn auch im Wasser gilt ja die Erdanziehungskraft nur durchs Wasser halt sehr, sehr verlangsamt. Deswegen müssten Sachen, die quasi seit Ewigkeiten schon hier sind, auch auf dem Boden liegen. Aber... Aber... Faulting in a strong torrents. Ich bin... Ach du Scheiße. Oh, ein Quantum Fluxkompensator und ein... äh... Quantum Destabilisierungsremolekulationsemulator. Oh... 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 Und juriers princesses zusammen. Dann... Wenn ich sterne, sagst du von Schulje-Dahl..." W reported gover mehr, dass die Welt des Wau小 solvent症 Man muss zu... Orgr cir goosebumps her. Er weiß was. Wied Потом, was zu tun. Wir dürfen auf keinen Fall aus dem Licht gehen, Leute. Wisst ihr, was mir bis jetzt noch nicht klar ist? Also wir wissen jetzt, wir sind wirklich in der Zukunft. Wir wissen, es ist wirklich die Erde, wo wir hier unterwegs sind. Wir wissen, das ist nichts, was wir uns einbilden. Es ist kein Traum und, 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 und. Was ich einfach noch nicht verstehe, ist, wenn die ganzen Leute gescannt wurden. Climber? Ciao. Das blaue Licht. Das gefällt mir gar nicht. Was ich einfach noch nicht verstehe, ist, wenn wir... Wie fasse ich das richtig in Worte? Wenn wir alle gescannt wurden und auf die Arsche geschickt wurden, weil das war ja der Sinn. Dass die Scans auf die Arsche kommen und man dann in den Weltraum geschossen wird. Warum sind dann die Persönlichkeiten der Leute... auf irgendwelche Roboter übergegeben worden, übergegangen, draufgespielt? Okay. Alter, hier ist eine richtig heftige Strömung. Das gefällt mir nicht, weil wir so natürlich nicht sehen... Alter, wir sehen quasi gar nichts. Ich sehe einen Scheiß hier. Die Taschenlampe ist an. Noch 525 Meter bis Tau. So ein Scheißwetter hier. Was ist das denn? Clamidosilachos Anguinius. Na, aber sicher doch. Genau den hätte ich jetzt auch vermutet. Ey, da geht es ganz klar nach unten, aber wir können es nicht öffnen. So, Inventar. Mhm. Lebendköder. Beobachtung. Köder. Getrocknet Tintenfisch. Ach, das ist dieser Pornuini Manenios. Äh... Seltener Hai näherte sich dem erleuchteten Köder. Er umkreist ihn, um den getrockneten Tintenfisch zu essen. Unwahrscheinlich, dass er oft in dieser Tiefe unterwegs ist. Eine Anomalie. Dann hier so ein Tintenfisch anscheinend. Ne, ein blauer Marlin. Ist doch, glaube ich, ein Tintenfisch. Mantel von der Größe eines Mannes. 170 bis 200 Zentimeter. Geschätzte Länge des gesamten Tieres. 10 bis 12 Meter. Alter. Riss den Marlin mit einem wilden Angriff auseinander. Ach, der Marlin war der Köder. Sobald wir die Lichter anschalteten, floh er schnell aus dem Gebiet. Ganz eindeutig noch ein Exemplar, was von den ausgetretenen Strukturgel angelockt wurde. Der Mantel ist teilweise mit Schuppen bedeckt und wird von einer neu gebildeten Knochenstruktur durchdrungen. Was ist das denn? Sieht aus wie so ein Anglerfisch, wa? Äh, bla bla bla. Die vom Gel entstehenden Kreaturen sind wahnsinnig. Sie greifen alles und jeden an. Immer noch schwierig festzustellen, wie die WoW ihr Verhalten beeinflusst hat. Abgesehen von der offensichtlichen Aggression und Lichtempfindlichkeit. Die Kreaturen scheinen etwas Bestimmtes zu jagen. Etwas, das es in diesem Ökosystem gar nicht gibt. What the fuck, Alter? Wuckelwale, Population. Oh, wow. Da gab es einen riesen Einschlag. 2103. 2103? War das nicht da, wo der Komet hier eingeschlagen ist? Ja, das war doch das Jahr, ne? Oh, hier ist noch was. Wow. Geil. Ja, genau. Genau so sollte es laufen, Leute. Wie es hier weitergeht und ob es so super war, dass wir jetzt hier das Licht ausgemacht haben, das und vieles mehr seht ihr, solange ich noch lebe, in der nächsten Folge von Soma. Bis dahin, macht's gut.